Eine Kindheit im Ruhrgebiet im Schatten von Hochöfen und Zechentürmen. Sicher wenig idyllisch, aber voller Magie. Wir haben genau gegenüber vom Schlackeberg da gewohnt, also da, wo wir auch gespielt haben. Wir dachten manchmal in der Kohle vielleicht ein bisschen Gold oder Diamanten zu finden, so als Kind zumindest, weil das alles immer noch so schön geglänzt hat. Wenn man dann die Bergleute gesehen hat als Kind, da laufen auf einmal schwarze Gesichter rum und die sind ganz dreckig, was wir nicht durften. So haben wir Dresche gekriegt, wenn wir dreckig waren und die liefen halt eben dreckig da rum und das konnten wir als Kinder ja gar nicht greifen. Wir waren ja, früher waren hier viele Werke und die haben abgefackelt und da habe ich immer an gedacht, da backen die Engel Plätzchen. Das Ruhrgebiet. Eine Landschaft geprägt von Arbeit und Industrie, von Schloten und Schienen. Familienleben fand im Takt der Arbeitsschichten der Väter statt. Bei uns war die Zeche Emil Emscher und von meinen ganzen Schulfreunden, da waren überwiegend, der Vater waren auf der Zeche. Das war wirklich so, wie man sie so kannte früher, die Frau mit dem schwarzen Fahrrad zur Arbeit, da war die Aktentasche so über die Mittelstange. So, da war dann die Brotzeit drin und im Grunde waren wir die einzigsten. Wir waren die einzigsten, ja, die einzigen, wo die Eltern nicht auf dem Püt gearbeitet haben. Als Kind natürlich hat man dann Angst, das ist klar. Ich weiß nur, unsere Mutter, also meine Mutter hatte uns mal eine Geschichte vorgelesen und die handelte auch von einem Bergmann, der dann nicht wiedergekommen ist und so weiter. Und selbst meine Mutter, da kann ich mich dran erinnern, beim Vorlesen, dann standen ihr die Tränen in den Augen. Ja, das ist dann, dann denkt man auch, deinem Vater, dem könnte das Gleiche passieren. Heilig Abend, ja, der Vater hatte Mittagsschicht, aber die Geschenke wurden erst verteilt, wenn der Vater auch im Haus war. Es waren manchmal erst 22, 23 Uhr, dann kam der Weihnachtsmann erst. Also, und da haben wir schon manchmal gedacht, hoffentlich kommt ihr auch gesund und munter zu uns an. Alltag im Ruhrgebiet. Unter Tage die malochenden Väter, über Tage die wilden Kinder. Ihre Zeit verbringen sie selten allein und fast immer draußen. Wir sind viel so rumgestreucht, das ist so meine Erinnerung, das haben wir viel gemacht. Und manchmal haben wir uns da sogar richtig eingerichtet in diesen kaputten Häusern mit so Restkisten und Möbeln. Und haben da, weiß ich nicht, erzählt, geraucht, Zigaretten geraucht. Und was eben noch wirklich schön war, waren die Trümmergrundstücke. Da gab es Apfelbäume und was weiß ich, es war völlig verwildert, das Stück, das hieß auch immer unsere Wildnis. Und da haben wir unheimlich viel drin gespielt und haben uns auch so Bandenkämpfe geliefert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich viel in der Wohnung war. Wir waren immer draußen. Wir sind in Freiheit dressiert worden. Susanne Postert, geboren 1954 in Essen. Ihre Mutter betreibt mit zwei Schwestern das ehemalige Vereinslokal von Rot-Weiß Essen. Drei Frauen, alleine unter Bergleuten. Meine Mutter war verlobt, meine beiden Tanten waren verlobt und alle drei Verlobte sind im Krieg gefallen. Und meine Mutter hatte dann das große Glück, als Einzige noch einen neuen Partner zu finden. Nach sieben Jahren Verlobungszeit fühlte meine älteste Tante sich dann also bewogen, mal zu fragen, möchtest du nicht heiraten? Und hat meine Mutter gesagt, nur wenn ihr euch beiden mitnimmt. Und somit bin ich mit drei Müttern großgeblieben. Die sind also bis zu ihrem Lebensende sind die zusammengeblieben. Also mein Vater hatte drei Frauen, ich hatte drei Mütter. Es war einfach, es war immer jemand für uns da. Tante Rose war fürs Verwöhnen zuständig. Tante Ina war für die Hausaufgaben, für den kaufmännischen Kram in der Gaststätte zuständig. Und meine Mutter hat alle Fäden immer in der Hand gehabt. Die Verwüstungen des Krieges verschonten auch das Lokal nicht. In mühseliger Kleinarbeit baut Susanne Postats Familie die Gaststätte wieder auf. So ergeht es den meisten im Ruhrgebiet. Der Wiederaufbau bindet alle Kräfte. Für die Erziehung der Kinder bleibt da wenig Zeit. Die Kleinen erleben eine gefährliche, aber auch schöne Freiheit. Im Umfeld waren in unheimlich viele Trümmer und das waren streckenweise unsere Spielplätze. Da lagen ja Pistolen, Kanonen, Kugeln, alles lag ja da rum. Und dann haben wir Feuer angemacht und haben da Patronen reingeschmissen. Und haben uns da nebenhin hingesetzt und haben gesehen, wie die da rausgeflogen sind. Alles in der Kette glücklich herumstehen, da säßen wir nicht hier. Und einige sind dabei eben. Wir haben geguckt, wo waren noch Metallteile. Wir haben dazu immer gesagt, komm wir statt spielen, komm lass uns Schore machen. Und dann sind wir immer zu dem Schrotthändler gegangen. Und dann kam das schöne Wort, was gibt's. Als ob wir erkannt hätten, was damals der Schrottwert war, aber was wollten sie sagen. Und dann haben wir gemeinschaftlich so einen dicken Kloß, frisches Sauerkraut vom Fass geholt und haben das dann geteilt. Die Berchleute wurden da unterstützt. Die bekamen dann, glaube ich, monatlich oder wie war das, irgendwie so ein Care-Paket. Da war Schokolade, Tee und alles solche Dinge. Dinge, Kekse und für uns Kinder war das ja natürlich schön. War man froh, wenn man einen Freund hatte, wo der Vater im Bergbau war. Konnte man was Süßes hier noch wieder mal mitbekommen. Aber nicht nur die Bergleute werden unterstützt. Hilfspakete aus aller Welt erreichen Deutschland. Das schwedische Rote Kreuz lindert im Ruhrgebiet die Not vieler Kinder mit der sogenannten Schwedenspeisung. Es ist der Hunger, der die Städter mit ihren Kindern ins Umland treibt, in der Hoffnung, etwas Essbares zu finden. Nach dem Krieg haben wir hier die Kornehren gesammelt, die auf den Feldern lagen und haben die selber dann ausgedroschen und haben das Mehl selber gemahlen. Hier waren mehrere Bauern und wenn wir mal die hatten, die auch Kinder mit denen mal gespielt haben und die hatten da gerade eine Pfanne Bratkartoffeln, durften wir mit denen essen und da war was drin gewesen. Dann kam die Pfanne in der Mitte auf den Tisch und dann hat sich jeder da von einer Ecke vorgearbeitet, bis zur Mitte. Die Klassen waren noch nicht richtig geheizt, dann kam die Milch, die musste selber bezahlt werden und die, die mehr Geld hatten, da durften die Kinder sich Kakao holen. Das im Stillen, der gewünscht, hoffentlich ist da mal einer bald wieder krank, wenn das heißt, wer möchte denn den Kakao haben. Und da hat man sagen, konnte ich, ich möchte den Kakao haben, weil der war ungefähr doppelt so teuer wie die Milch. Nach und nach verbessert sich das Leben im Revier. Nur Wohnungen sind immer noch rar. Bunt zusammengewürfelte Familien müssen Gemeinschaften bilden. Da hatten wir anfänglich in Notunterkünfte gewohnt, da war so eine riesige Polizeikaserne mit langen Fluren, da gab es eine gemeinsame Waschküche, gemeinsame Toiletten. Und ich kannte nichts anderes als Kind und das war für mich das Schönste, was es gibt. Große Flure, viel zum Spielen, ein großer Hof. Das Schönste war natürlich, wenn einer mit der Pille, mit dem Fußball rauskam, dann haben wir alles stehen und liegen lassen und dann wurde Fußball gespielt. Täglich wird hier der Fußballsport neu geboren, aus einem Instinkt, der sich so wenig erklären lässt wie Hunger und Liebe. Das Spiel kann aus Hinterhöfen Paradiese machen, glückliche Inseln im Grauenmeer der Lohnarbeit. Früher war es so, wenn einer einen Ball hatte, hatte er 20 Freunde. Den schenke ich dir. Vater, das ist ein richtiger Lederball. Ja, ein Nagelneuser zwar nicht, aber es ist ein besonderes Stück, da hat mein Verein mal die Meisterschaft mitgemacht. Siegfried Börger und Willi Reitz. 1952 spielen sie die Hauptrollen in einem Film, der ihre eigene Kindheit zum Thema macht. Die harte Wirklichkeit im Ruhrgebiet des Wiederaufbaus inmitten wuchernder Industrie. Diese Leute hier von der FAU, die fielen damals schon so ein bisschen auf in der Garderobe. Sie waren alle schon ein bisschen flott angezogen. Dann fuhren die so in den alten Opel-Kapitänen, dieses Gangster-Auto, was natürlich für unser Dorf hier eine große Bereicherung war. Dann kam die raus, komm mal her. Ja, wann bin ich da hin? Ja, hast du nicht mal Lust, einen Film mitzudrehen? Ich sag, ich, einen Film? So, ne? Na ja, du. Wo heute eine öde Industriebrache mitten in Bochum ist, lärmte früher ein gigantisches Stahlwerk. Zum Spielen blieb im Ruhrgebiet des Aufschwungs wenig Platz. Das Thema im Film Platz an der Halde. So einen großen Pück und nur nicht mal so ein Stückchen Rasen hat er für uns übrig gelassen. Wir hatten keine Spielplätze gehabt hier. Es war ja nur Trümmer gewesen und sehr gefährlich. Und der Aufbau fing auch wieder an. Der Autoverkehr wurde größer. Auf den Straßen haben wir eine Zeit, haben wir auf den Straßen Fußball gespielt. Das ging da nicht mehr. Martin! Ja, und dann sind wir angefangen und haben einen eigenen Fußballplatz uns gebaut. Haben ein Stück vom Püt. Haben ein Stück vom Ruhreweer. Wir haben ein Stück vom Püt. Haben ein Stück vom Püt. Wir haben ein Stück vom Ruhreweer. Wir haben ein Stück vom Püt. Na, was meinst du? Mann! Ich gratuliere. Ob mit oder ohne Platz, alle wollten nur eins. Draußen spielen. Du hattest keinen Zugang zu den Wohnungen. Du konntest mal hinkommen und sagen, kommt das Kind raus, abholen. Aber die Wohnungen, die waren irgendwie so oft, dass die auch oft keine Kinderzimmer hatten. Es gab immer diese Zweizimmerwohnung, Schlafzimmer, Wohnzimmer oder in Küche, Wohnstube. So diese Mischung. Wenn der Vater von der Nachtschicht nach Hause kam, war nichts mit anstellen. Morgens 10 Uhr, 11 Uhr Schellen. Oder selbst wenn er von der Frühschicht kam, hat er regelmäßig seinen Mittagsschlaf gemacht. Ich sag jetzt mal von zwei bis drei. Durfte keine Schelle betätigt werden, kein Fernsehen durfte betätigt werden. Da herrschte absolute Ruhe. Und wenn es mal keine Ruhe gab, dann gab es Lackes. Dann gab es noch einen mit der flachen Hand, hinten im Nacken. Also wenn die Väter was sagten, dann passte das. Und da gab es auch keine Widerworte. Der wollte seine Ruhe haben, logischerweise. Der hat drei Schichten gearbeitet. War der einzige Ernährer. Und war eigentlich auch sehr streng schon, ja. Die Kinder, die waren unheimlich gerne bei uns. Bei uns konnte man toben, da wurde nicht so ganz genau geguckt. Und plötzlich bei uns sind sie dann auch losgegangen. Sind auf den Schaukelstuhl von meiner Oma hinten nicht gewackelt. Und dann drin saß ich hinten draufgesprungen, um zu gucken, ob der andere abhebt. Natürlich sind hinten die Kufen abgebrochen. Aber solche Erfahrungen, die haben sie dann bei uns gemacht. Also zu Hause hätten sie ja, die hätten sie kreuzlang geschlagen. Das war früher noch die Zeit, wo die Kinder geschlagen wurden auch. Heute sicherlich auch noch. Aber früher war das häufig. Das war ganz normal. Tauben, die Rennpferde des kleinen Mannes. Mehr das Hobby der Väter als Haustiere für die Kinder. Mein Vater kannte von jeder Taube fast jeden Scheiß auf. Das ist der Rote, das ist der Blausteck und so weiter. Der stand im Winter bei 15 Grad Kälte, stand der ein Meter neben dem Taubenschlag und die mussten eine Stunde fliegen. Und wenn er reinging, mussten sie reinkommen. Und wer sich zwischendurch irgendwo hinsetzte, der kam ohne Kopf nach Hause in eine Suppe. Wir haben eine Taube gehabt, die war auch hier in Bochum schon bekannt gewesen. Die hat sehr viele Konkurse, nannte man das, Preise, Konkurse geflogen. Und die kam immer aus einer ganz bestimmten Richtung über einem ganz bestimmten Baum. Und wenn sie da genau herkam, haben wir gesagt, das Geld ist drin. Hast du die Tauben auch auf sie stehen, dann kann uns nichts mehr passieren. Mein Vater hat manchmal gesetzt, ich sag mal einfach, um eine Zahl zu sagen, 100 Mark auf die Tauben. Und jetzt sind sie ganz, ganz gut gekommen und wir kriegten 600 raus. Das war zu der Zeit 58, 59, 60, das war richtig Kohle gewesen. Mit dem Ruhrgebiet ging es Mitte der 50er Jahre aufwärts. Die Eltern glaubten, im Ruhrgebiet würde der Aufschwung für ganz Deutschland gemacht. Für die Kinder ging die Zeit der Leckereien los. Wenn der Schrottheller kam, der Klünkelsgerl, wie der hieß, mit seiner Flöte, dann hat man irgendwo dann irgendwas an Schrott abgegeben, hat dann 10, 20 oder 30 Pfennig bekommen. Und dann ging es zur Bude. Mein Favorite war immer diese Roller-Schokolade, diese Kokoschokolade, die man dann auch als einzelnes Stück bekommen hat. Und ich glaube, ich habe alle Raffinessen damit ausprobiert, indem ich die auf den Heizstrahler gelegt habe, dass das geschmolzen war. Da kommt man mit dem Finger, die gut essen. Und die war klasse. Und der Vorteil war halt eben als Kinder, man konnte alle möglichen Bonbons kriegen, selbst für einen Pfennig, wenn man nicht so viel Geld hatte. Also von daher war Bütchen ganz wichtig, gehörte dazu. Für fünf Pfennig davon. Und ich glaube, der hat dann eine halbe Stunde gebraucht, bis der da immer 50 Pfennig verdient hatte. Und dann hat man eine kleine Tüte gehabt. Und man hat es stolz gehabt, wenn man die Klöbeckste hatte. Und doch, schön war das. Es herrschte irgendwie auch bei uns Kindern Aufbruchstimmung. Wir haben es nicht so gemerkt wie die Erwachsenen, aber die Stimmung war da. Wir haben gesehen, wie emsig die Eltern alle waren, wie die geschafft haben, wie die Väter Überstunden gekloppt haben, damit der Wiederaufbau wieder besser läuft. Und das hat uns irgendwie inspiriert und angesteckt. Die Auslagen der Kaufhäuser weckten so manchen Kinderwunsch. Vorerst blieb es meist beim Wünschen. Doch der ein oder andere Traum ging auch in Erfüllung. Das soll ich überraschen, Kinder, haben die nur gesagt. Und dann packten da zwei Männer, weiß ich noch, die haben angehoben, die packten den Fernseher aus. Das war ein riesen Klotz damals noch. Der Bildschirm war nicht so groß, aber das Gerät selber war gewaltig. Ja, dann wurde es aufgebaut. Wir waren natürlich stolz und haben zugeguckt. Dann krabbelten die Männer mit der Antenne um den Dach. Die wurde oben eingebaut, ein Loch gebohrt, Antenne rein und fertig. Und da konnte man dran auch sehen, wer einen Fernseher hatte, wenn man durch die Straßen ging, überall, wo über ein Dach ein Kabel runterhing und im Fenster verspannt, gab es einen Fernseher. Wir hatten immer die neuesten Küchenmaschinen, sogar eine, mit der man Kartoffeln schält. Nur zu Kartoffeln schälen. Haben wir natürlich geschafft, eine Zentner Kartoffeln an einem Nachmittag durchzuballern. Die waren alle so klein und rund. Man muss natürlich sagen, dass meine Mutter bei der Kinderschar auch über jede Entlastung froh war. Also so eine Maschine, die Kartoffeln jetzt schälen würde. Ich bin 57, 56 geboren. Das war so wieder Wirtschaftswunder. Woran jetzt die Welt kaputt geht, ist damals alles eingestiehlt worden. Mülltrennung, sowas gab es alles nicht. Das wurde nur ... Und nun stehe ich hier mitten in Gelsenkirchen, in einer Geschäftsstraße, mitten im Smoke. Nun schauen Sie sich bitte einmal diese Stadt an, sofern man überhaupt noch etwas sehen kann. Das gibt es nur bei uns in Gelsenkirchen, herrliche Stadt der großdeutschen Kohlenbergwerksindustrie. Das gibt es nur bei uns in Gelsenkirchen, in unserer einzigartigen Brennstoffdemokratie. Das war richtig schmutzig. Die Luft, ich sag mal, man konnte leben, natürlich. Aber wenn sie so an den Zechen oder an den Kokerei-Betriebe vorbeiging, dann diesen Schwefelgeruch. Ja, oder man hat doch richtig gesehen, dieser ganze Dreck, dieser feine Staub, der überall lag. Also wenn meine Mutter die Wäsche nach draußen gebracht hat und auf der Leine gehang, die musste immer gucken, wie der Wind stand. Auf einmal kam die große Rauchschwagde, wo kam die her? Wir haben ihnen dann eine Kuckerei gehabt, wo der Koks gedrückt wurde. Und wenn die dann ihren Koks gedrückt haben, dann kam diese große Rauchschwagde über die Straße rüber. Dann sind die ganz schnell raus und haben dann ihre Wäsche abgenommen, weil ansonsten war nochmal neue Waschen angesagt. Es war halt eine dustere Angelegenheit. Aber wir wussten auch als Kinder schon, das war der Arbeitgeber der meisten Eltern, der meisten Väter. Und wir wussten, wie wichtig das alles war für uns. Ende der 50er Jahre dann das Wirtschaftswunder. Arbeitskräfte werden knapp, die sogenannten Gastarbeiter kommen. Die meisten ohne Familie, aber einige bringen ihre Kinder mit. Eines davon ist Sebastiano Thoma. Er kommt Anfang der 60er Jahre ins Ruhrgebiet. Die Geschichte seiner Eltern, die die erste Pizzeria in Oberhausen eröffnen, erzählt der Film Solino. Die ersten Ausländer waren Italiener. Und ich weiß, die kamen unter Tage und die haben dann im Sack gehauen. Italiener waren die Arbeit zu hart. Euer Vater will nicht mehr arbeiten. Ja, bitte. Er will nicht mehr arbeiten gehen. Blödsinn, ich will arbeiten gehen. Aber ich will mir nicht die Hände schmutzig machen. Der Dreck geht mir einfach auf die Nerven. Es ist unerträglich. Es macht schon ein bisschen Dreck aus. Daran kann jeder sehen, dass du für deine Familie arbeitest. Und ihr sollt essen. Da hatte mein Vater dann etwas Geld beiseite legen können, um sich dann den Traum des klassischen Italieners im Ausland zu verwirklichen. Ich mache meinen Laden auf. Solino. Solino. Er hat was geglückt mit dem Laden. Was sagt er? Buona fortuna. Grazie. Das ist auch eines dieser Erlebnisse, in einer Schule reingesetzt zu werden, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Ich weiß nur, dass ich ein Glück hatte, eine Lehrerin zu haben. Ich weiß auch nicht mehr den Namen. Und sie hat sich wirklich um mich gesorgt. Und sie hat mich zwei Jahre lang vorne am Puls sitzen lassen. Und dann hat sie sich, als sie gesehen hat, es ging gar nicht anders, ein Deutsch-Italienisch-Buch gekauft und hat, während sie unterrichtet hat, mir das Deutsch beigebracht. Also ihr verdanke ich eigentlich so ziemlich viel. Ich weiß nicht, sie hat blonde, lockige Haare, aber ich habe ihren Namen leider vergessen. Ulla Schade. Ihre Eltern kommen nach dem Krieg wie so viele aus Ostpreußen ins Ruhrgebiet. Der Vater sehnt sich zeitlebens zurück nach seinem Leben als Friseurmeister in der alten Heimat. Seine Kinder sollen es einmal besser haben. So geht Ulla Anfang der 60er Jahre als Erste aufs Gymnasium. Wir gehörten erst mal nicht dazu. Das hatte auch schon so einen Minderstatus irgendwo. Also Flüchtling zu sein war aus irgendwelchen Gründen arm. Und wir waren ja auch arm. Das passte ja. Fünf Kinder, mein Vater war bei Opel. Und irgendwie war das unangenehm. Damals musste es ja noch angeben, Beruf der Eltern. Und die waren natürlich dann alle, was weiß ich, Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte, Kaufmänner. Das sagt ja auch nicht viel, aber so. Und mein Vater war halt bei Opel. Dann habe ich aus meinem Vater einen Maschinenhobler-Meister gemacht. Und der war ein angelehrter, ganz normaler Hilfsarbeiter bei Opel, Bandarbeiter. Oder keine Ahnung. Aber irgendwie hatten die ja alle so eine Bezeichnung. Und dann habe ich mir auch eine einfallen lassen. In Oberhausen kämpft auch Sebastiano Thoma darum, dazu zu gehören. Wir waren schon als Italiener die einzigen Ausländer, ich und mein Bruder in dieser Klasse. Später kamen andere dazu, aber viel, viel später. Und es gab schon so kleine Sticheleien, also dieses übliche Spaghetti-Fresser, Kartoffel-Fresser. Aber das waren kleine Sticheleien, die nicht nur von den Schülern kamen, sondern auch manchmal von den Lehrern. Spaghetti-Fresser kommen an die Tafel. Und dann mit dieser Demütigung, an die Tafel zu kommen, als kleines Kind, zittrige Hand versuchen, irgendein deutsches Wort zu schreiben. Geht natürlich gar nicht. Und das waren schon so ein paar Sachen, die einem, ja, wehgetan haben. Da wollte eine Lehrerin mir quasi helfen, eine Deutschlehrerin. Und die hat gemeint, ich sollte doch mal aufstehen und dann sollte die Klasse doch mal gucken, dass ich irgendwie ärmlich angezogen wäre oder immer die gleichen Klamotten anhab. Ich weiß nicht mehr genau, um welche Bezeichnungen es ging. Und hat die Klasse quasi aufgefordert, mir doch Kleider zu spenden. Und das fand ich so schrecklich und so schlimm. Für die junge Ulla Schade war es eine Demütigung. Und doch steckt darin viel Ruhrgebiet. Denn hier zwischen Zechen, Hütten und Siedlungen ist Solidarität der Kitt, der alle und alles zusammenhält. Weil wir ja gemerkt haben, auch so aus der Siedlung raus, wie die Eltern miteinander umgegangen sind. Und halt eben so dieses, dass man vieles gemeinsam gemacht hat. Man hat sich sicherlich auch mal gedroschen, man hat auch sicherlich mal dem einen eine Backpfeife gegeben. Aber dann war es auch wieder gut, weil wir einfach begriffen haben, dass wir ja nur gemeinsam stark waren. Man hat nebeneinander gewohnt, man hat sich geholfen. Der Zusammenhalt bei den Bergarbeitern oder bei den Bergleuten, der war früher anders. Die gingen ja zusammen zur Zeche, die waren auf der gleichen Schicht. Ich kann mich noch erinnern, mein Vater, und das war Heiligtum. Jeden Sonntagmorgen 10 Uhr frühschoppen. Ja, dann haben die Nachbarn, die haben sich getroffen, die Eltern, also die Väter. Das waren immer drei, vier Vätern aus der Nachbarschaft, die auch zusammen zur Arbeit gefahren sind. Jeden Sonntagmorgen 10, halb elf frühschoppen. Eine bestimmte Kneipe. Und diese Kneipe war voller Arbeiter. Das kann man sich gar nicht heutzutage mehr vorstellen. Sonntags wurde von elf bis um ein Uhr war der Frühschoppen. Und dann wurde die Gaststätte zugemacht. Weil meine Mutter und meine Tanten sagten, sie möchten keinen Krach mit den Ehefrauen haben. Die dann da am Herd standen und Kunden stundenlang gekocht haben und warteten auf die Männer. Und die wären dann irgendwann um zwei oder um drei oder um halb vier aus der Gaststätte gekommen. Das fanden sie also nicht gut. Dann haben sie sich die Kante gegeben. Dann hat die Mutter um halb eins essen fertig gehabt. Dann kamen sie reingetigert. Dann wurde Mittag gegessen. Dann wurde sie eine Stunde geschlafen. Und dann ging es ab zum Jungen auf den Fußballplatz, wenn sie Sonntags gespielt haben. Ja, das war noch richtig, richtig kernig früher. Und wenn ich schlecht gespielt habe, dann kam schon mal der Spruch, heute Abend gibt es kein Essen. Dann gab es auch kein Essen. Mein Essen wurde ja immer wie eine Essenausgabe nach Toren. Ein Tor, ein Stück Fleisch, zwei Tore, zwei Stücke. Joachim Hopp wächst mit sechs Geschwistern in einer Duisburger Zechensiedlung auf. Der Vater ist Bergmann. Der Sohn macht für sich den Ruhrgebietstraum wahr und wird Fußballprofi. Der Beist, der rennt hinter jedem Ball her, der grätscht, der fightet und das lieben wir halt. Obwohl wir heute gespielt haben wie die Bratwürste, waren die anderen immer noch zu doof, um zu gewinnen. Also es gab immer zum Geburtstag einen Ball, Fußballschuhe und zu Weihnachten einen Ball und Fußballschuhe. Es gab ja zwei Möglichkeiten bei uns. Es gab Tissen oder Bergbau. Tissen lag näher an unsere Tür oder an unsere Heimat, wo wir gewohnt haben. Daher habe ich den Weg Tissen gewählt. Ich glaube, ich wurde erst mit 24 Profi. Und es hat aber auch sehr viel damit zu tun oder zu tun gehabt, weil ich immer für meinen Beruf stand. Gerade mal 16 war Joachim Opp, als er mit der Arbeit als Hüttenwerker begann. Ich hatte Nachtschicht gehabt, habe damals am Hofen gearbeitet. Und wenn so ein Abstieg läuft, so ein Hochofenabstieg, dann hat man halt so eine Stunde, eineinhalb Stunden Zeit. Dann beobachtet man den Abstieg, dass auch alles vernünftig läuft. Aber man hat Zeit zum Träumen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und ich habe mir selbst gesagt, das kann nicht dein Leben jetzt sein. Irgendwas muss in den nächsten Jahren passieren, dass es dir vielleicht auch mal ein bisschen besser geht. Weil ich wusste, es gibt jetzt nur die tägliche Arbeit, acht Stunden, die keine Schande ist. Oder es gibt vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhm. Ich sage jetzt mal auf Deutsch vielleicht vom Silberlöffel essen und nicht vom Stahllöffel, vielleicht mal einen Silberlöffel zu nehmen und zu essen. Der Hobby ist einer von uns und der hat lange genug auf der Hütte malocht und der weiß genau, was wir denken, was wir fühlen. Ralf und Olaf Richter vor dem Haus ihrer Kindheit. Sie sind die beiden Ältesten von acht Kindern. Nach über 30 Jahren besuchen sie ihr altes Revier. Damals, Anfang der 60er Jahre, lag ihr Zuhause zwischen Bauernhof, Zeche und Bergarbeiterwohnungen. Aber wir waren auch damals, weil wir ja die Zaun weg, wir hatten ja beide Gärten. Das ist schon deutlich zu erkennen, dass das für ein Kind alles viel größer wirkt. Aber gemütlich ist es. Hast du gesehen, was die jetzt haben wir? Das ist gar kein richtiger Stein. Das ist so ein Plastikverteil. So, dann kommt mal mit. Hier unten, hier waren nämlich die beiden Zimmer. Das waren die beiden Kinderzimmer. Ganz früher, jeweils mit Doppelbett, zwei Doppelbetten drin. Wenn du überlegst, acht Kinder. Jeder hat acht Freunde. Neun mal acht. 72 Kinder schießen durchs Haus. Das waren zwei Häuser nebeneinander mit Durchbruch oben und unten. Man konnte also im Kreis laufen. Ja. Da konntest du dich als Mutter nicht durchsetzen. Wir haben wirklich jedes halbe Jahr ein Kindermädchen vergrillt. Die kamen am halben Jahr nicht mehr. Ich kann mich an kaum einen Sonntag erinnern in meiner Kindheit, an dem ich nicht aufgewacht bin mit Geschrei. Weil meine Mutter wusste, dass der Tag war, an dem weder wir in die Schule gehen, noch mein Vater ins Büro. Alle waren da. Und jetzt kam es auch mal darauf an, sich auch mal zu beschweren, was die ganze Woche über für einen Scheiß angestellt worden war. Aber die hat natürlich eine Menge mitgemacht. Das muss man schon so sagen. Da braucht man sich nicht wundern. Ja, da wurde kaum noch. Die ist sehr temperamentvoll, auch heute noch. Damals als junge Frau. Klar, die konnte, wenn die wütend war, dann war was los. Nach und nach wurde das immer weniger. Dann wurde da gebaut und da gebaut und da gebaut. Die ganzen Felder, die verschwanden mit der Zeit. Und dann gab es nur noch Häuser. Und für uns als Kinder war es nicht so schön, weil da haben wir ja immer gerne gespielt. Das ist wirklich interessant. Auf der einen Seite war der Bauernhof und auf der anderen brandete im Grunde schon der Verkehr, der Hauptverkehrsstraßen. Und das war wirklich so eine Zeit, da hat sich viel verändert. Ja, die Autobahnen, die wuchsen und wuchsen und wuchsen. Der Spaghetti-Knoten kam. Das war ein Gewirr aus Straßen und Zubringern übereinander, untereinander, manchmal drei übereinander. Und wenn man dann im Zoo war, im Zoo Duisburg, dann kann man genau auf den Spaghetti-Knoten herabblicken. Und wenn es dann schon mal so ein bisschen dämmerte, wenn man mal länger da war und die hatten alle Lichter an, dann war das also wirklich ein Geblinker, ein Gefahre. Da sind wir als Kinder gerne hingegangen, haben gerne geguckt. Das war faszinierend. Mitte der 60er Jahre erwischt das Ruhrgebiet die Stahlkrise. Weil weniger Stahl gekocht wird, wird weniger Kohle gebraucht und die Halden wachsen zum Himmel. Die Väter wehren sich. Der Rest der Republik schaut staunend zu. Wenn Zechen sterben, dann tun sie das qualvoll. Es scheint, als begrüben sie sich selbst. Noch atmet der Püt aber. Seine Fördertürme verschwinden hinter dem, was man einmal das schwarze Gold nannte. Hinter Kohlen, die sich zu Halden türmen. Als Kind ist einem aufgefallen, dass immer so die Stimmung ein bisschen anders war, wenn er von der Arbeit kam. Oder wenn halt eben dann die Demonstrationen wieder waren. Und dann hat man ja damals nicht so wie heute, man geht in ganz normalen Sachen hin, sondern man ist entweder in seiner besten Kleidung hingegangen oder man ist mit Arbeitskleidung hingegangen. Und das sind so Dinge, die einen schon so ein bisschen geprägt haben. Es war schon beeindruckend, wenn die durch die Innenstadt gezogen sind. Das waren ja dann ein paar Tausend. Die hatten meistens wirklich, also das war meine Wahrnehmung noch meine Erinnerung, ihre Helme an, auf, ihre Klamotten an. Und das waren alles erwachsene Männer. Also jetzt mal so, das war schon beeindruckend. Mit dem Blickwinkel von unten nach oben ist es ja sowieso noch ganz was anderes. Und dann steht man irgendwann an so einem Platz und an den Straßenseiten stehen die Menschen und gucken zu. Und man ist irgendwo Bestandteil von irgendeiner Sache, wo man gar nicht nachvollziehen kann, was da jetzt passiert. Und dann geht man zu seinem Platz und dann ist da jemand ganz oben, ganz wichtig, der dann da ganz laut ins Mikrofon reinschreit. Das war schon irgendwo was Ehrfürchtiges. Da hat man sich als Kind gar nicht getraut, irgendwo dann da Blödsinn zu machen. Die Krise erschüttert die Eltern in ihren Grundfesten. Ihre vertraute Welt gerät aus den Fugen. Die Jugendlichen jedoch entdecken auf den brachliegenden Zechen eine neue Welt, die ein freieres Leben verheißt. Die Zeche hat dann wenige Jahre später zugemacht und da konnte man da Klasse spielen. Das war natürlich ganz gefährlich. Da war zum Beispiel ein Teil, das war so ein Förderband und da konnte man runter rein und da war so was wie so ein riesiger Korkenzieher, der diese großen Brocken wohl zerkleinert hat. Also wir sprechen von Kohle und da war so, ich sag mal, so eine Schmierschicht war da drauf. Und so kamen wir dann auch wieder raus. Da war dann so ein Wächter auch, der uns da bewacht hat. Das war dann auch immer sehr prickelnd. Der ist da bei uns ein Pächter, aufgepasst, der Pächter kommt. Der hat uns dann gejagt, aber man ist da ja irgendwie wie, wie sagt man, wie so eine Maus. Da jedes Loch kannte man und er hat uns auch noch nie gekriegt. Das gibt es heute gar nicht mehr so. Das ist so die Zeit, das ist einfach durch, dass man so in seiner Umwelt so Abenteuer erleben konnte. Doch Anfang der 70er Jahre liegt für manchen Heranwachsenden das Abenteuer immer noch unter Tage. Ihr bekommt hier zwei Arbeitsanzüge, Seife, Handtuch, Arbeitsschuhe, Unterwäsche und ein Arbeitshemd. Mit nur 15 Jahren macht Klaus Herzmannathus seine Lehre. Nach seinem Vater, seinem Opa und seinem Uropa wird auch er Bergmann. Man muss ja sowieso, man muss, wenn man in Berchburg anfängt, man muss dazu geboren sein. Und ich habe gemerkt, auch als ich meine erste Grubenfall unter Tage hatte, habe ich gesagt, ja, das ist es. Abenteuer, Kameradschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl, diese besondere Welt in der Tiefe zu sein. Das fand ich faszinierend, weil ich konnte hinter die Zechenmauer auf die andere Seite und ich habe es noch alles viel näher erlebt. Man kannte ja Leute, die im Bergbau waren und auch Ältere, die schon zeitig in Rente waren. Und die hatten fast alle eine Staublunge und die haben auch alle nicht so lange gelebt. Und das wusste man und dann war das ein bisschen das, was man eher nicht sein wollte. Chancengleichheit und sozialer Aufstieg, das ist das Thema Nummer eins. Auch Ullas Vater träumt davon, dass es seine Tochter einmal besser haben wird. Wir sollten immer ordentlich und korrekt sein und keine Ahnung, also Arbeiter, Kinder oder was ja hier viel wohnte oder so. Und in Gelsenkirchen natürlich auch, die Kontakte sollten wir nicht unbedingt pflegen. Wir sollten lieber zusehen, besonders ich, als ich auf dem Gymnasium war, dass ich Kontakte und Beziehungen aufbaue für später. Also ich sollte irgendwie dieses Leben verlassen. Dieses, sag ich mal, Arbeiter-Kind-Leben. Der Olaf hat mir immer vorgemacht, ist ein Jahr vor mir eingeschult worden, ein Jahr vor mir dann gewechselt aufs Gymnasium, ein Jahr vor mir auch wieder das Gymnasium verlassen und ein Jahr vorher eine Lehre angefangen. Ja, mit der Schule hatten wir es nicht. Das ist ein Leidwesen unserer Eltern, weil mein Vater hat sehr viel Wert auf Erziehung gelegt. Wir sollten ja Instrumente lernen. Der Ralf hat Trompete gelernt. Dann nach zwei Wochen im März der Bauer, der braucht dann immer ihn. Und nein, also die haben sich wirklich sehr bemüht und haben sich wirklich viel Mühe gegeben. Aber Gymnasium, nee, irgendwie sollte es nicht sein. Mein Vater war ja Architekt, für den war das natürlich schrecklich, als ich dann plötzlich irgendwann hieß, jetzt kriege ich noch nicht mal mehr einen Anschluss, sondern muss jetzt eine Lehre machen. Ich war damals auf der Gesamtschule und ich habe nur das Nötigste getan, was man machen musste. Und mein Vater hat eigentlich immer gesagt, du musst jetzt gucken, dass du was Besseres wirst und warum im Bergbau, du kannst da woanders anfangen. Dann habe ich mich gegen den Willen meines Vaters entschieden, auf der Zeche anzufangen. Auf dem gleichen Berg, wo der Vater war. Und ich muss sagen, ich bereue keine Minute, im Gegenteil. Ich war ein kleiner Junge, als mein Nopper für mich sang. Diese Melodie, die niemals mehr aus meinem Kopf verschwam. Glück auf, Glück auf. Detlef Lauster wollte schon als kleiner Junge Gitarrist in einer Rockband werden. Doch das war kein Beruf. So landete auch er, eher zufällig und ein bisschen widerwillig, auf der Zeche Nordstern. In meiner Jugend, es war so, ich wollte mal im Wald arbeiten oder sowas. Aber früher war es so schön gewesen, jeder konnte ihre Arbeit kriegen und auf dem Pütz war immer Maloche da. Und ich habe mich dann auf dem Püt beworben, auf dem Waldarbeiter war nichts Target gewesen und dann konnte ich als Schlosser anfangen. Und damals in den 70er Jahren war es eben toll, lange Haare zu haben. Man hatte damals die Bürste hier oben drin gehabt und immer die Haare gekämmt und die Musik war immer ganz wichtig gewesen. Und dann war meine Lehre gewesen. Und wir mussten damals, und das waren viele mit langen Haaren, Haarnetze tragen. Und da hatten wir dann die Haarnetze auf dem Kopf gehabt, dazu den Helm. Und da mussten wir monatelang U-Eisen feilen. Und dann rutschte natürlich der Helm immer ins Gesicht. Dann hat man ihn abgesetzt und ich so, Lauster, Helm auf! Also mit 14 hatte ich schon sehr lange Haare, mit 15 noch längere, weil ich nicht geschnitten. Und das war für meinen Vater dann ein bisschen unangenehm. Und da haben wir uns wirklich auch gezofft, wenn man so sagt. Weil ich habe ja auch immer wieder auch gekellnert und mit diesen langen Haaren bei uns zu kellnern, das ging gar nicht. Und dann diese normalen, diese bürgerlichen Familien zu bedienen und wir waren auch echt frech so. Aber irgendwie fanden die das auch sympathisch und so wurde sie dann immer voller. Also weil wir eben so ein bisschen schräg waren. Na hör mal, was bist du denn? Du solltest dich schämen, dass die Polizei da nichts sagt, das ist ja unverständlich. Die älteren Herrschaften kamen vorbei, die haben uns schief angeguckt. Hippies, Rocker, Gammler haben wir zu hören gekriegt und diesen Spruch, beim Adolf wäre das nicht passiert. Wenn die Mädels kamen mit ihren Minirücken und Hotpants, die es damals gab, denen haben sie nachgegeiert. Aber über uns Jungs haben sie geschimpft. Da war auf einmal die Sitte vergessen. So, nun darf ich euch einladen, zum Saturday Night Fever auf die Tanzsäge zu kommen. Wir bauen uns auf, alle in der gleichen Richtung, fangen alle mit demselben Huf an. Er mit links und sie mit links. Und dann war natürlich die Zeit, wo man dann auch in die Diskotheken gegangen ist. Discos hat man ja gesagt und das Interessante war dann so wirklich, erst mal von der Kleidung, die lange Haare, dann teilweise die hohen Absätze. Und dann war ja gerade so Kult, so diese Diskotänze, wo dann zehn in einer Reihe standen und dann alle die gleichen Bewegungen gemacht haben. Ich habe nicht geübt, aber man war dabei und dann natürlich, dann irgendjemand hat einen mitgezogen auf die Tanzsäge und dann war man mittendrin und hat man mitgemacht. Gut, dass ich da keine Bilder von habe. Meine erste Scheibe war, da war ich immer noch ein Junge, also war ich noch ein Kind, war, ich denke an dich von Roy Black. Weil irgendwie, weil irgendwie, weil das einfach irgendwie gut aussah, der Kopf von ihm da so drauf, so, der Mund so, diese weißen Zähne, so, irgendwie war mir gut gefallen. So, und danach wollte ich dann, weil meine zweite Scheibe unbedingt haben, Herr. Ja, weil ich dachte, das hat irgendwie hier so mit, das hat so mit Hasch und Underground zu tun, das ist genau das Richtige für mich. Wir haben richtig viel Scheiße gebaut, kann man schon sagen. Die Kinder lehnen sich gegen die Eltern auf, die wenig Verständnis für die Träume und Wünsche der Jugend haben. Auch das einstige Lieblingskind Ulla Schade rebelliert gegen den Vater. Ich lief ja dann auch aus seiner Sicht verboten rum, ich hatte so Robin-Hood-Stiefel, da war der Reißerschluss kaputt, das fand ich tutschig, dann Weggummi drum zu machen und damit dann durch die Gegend zu laufen. Und er wollte natürlich, dass ich das nie machen, dann auch als Gymnasiastin, also ich sollte ja was Besseres werden. Und wenn er da, dann dachte ich jetzt, er schmeißt den Mantel weg, er schmeißt die Schuhe weg oder sonst wie, dann habe ich mal zu ihm gesagt, da gab es ja die Kommune zu der Zeit. Da habe ich gesagt, wenn du das machst, dann ziehe ich in eine Kommune. Und damit war Schicht, damit war wirklich Schicht, das war für den Heidenangsten, dass sie das machen. Kommunen, Kiffen und Krawalle. Wie der Teufel das Weihwasser, so fürchten die Eltern die freie Liebe und das wilde Leben ihrer Kinder. Sie haben Angst, dass die Kinder auf die schiefe Bahn geraten. Als ich dann eben gesagt habe, dass ich auf eine Schauspielschule gehe, das hat sich nur so ergeben, weil hier in Bochum es eine gibt. Und dann habe ich da zufällig gerade so mitgekriegt irgendwann, dass es da Aufnahmeprüfungen waren. Ich habe gesagt, oh, das mache ich jetzt jetzt, ohne darüber jemals vorher nachgedacht zu haben. Und da hat mein Vater so einen Schiss gekriegt, hat er mir gesagt, ja, er hat als Student auch mal im Studententheater mitgemacht. Und das ist alles brotlose Kunst. Ja, obwohl er schon stolz dann war. Später, ja. Er hatte nur eben Angst, dass es brotlos bleibt. Ja, später dann, ja. Erinnerungen an eine Kindheit im Ruhrgebiet. Es war cool. Die Zeit war bewegend, geprägt von Kameradschaft, Abenteuer, ja, teilweise auch Mythos, den man erlebt hat. Und ich glaube, das Wichtigste war, also für mich prägend war so das ganze Erlebnis, dieses Gemeinsame. Man hat viel gemeinsam gemacht. Man hat auch viel Blödsinn gemeinsam gemacht, aber es war einfach eine tolle Zeit, weil man viel erleben konnte. Was mir klar geworden ist, dass die Menschen, die unter Tage zusammengearbeitet haben, und das waren diese Nachbarn zum Beispiel, das war irgendwie wie eine große Familie. Das war schon deutlich, dass hier in Bochum, wo wir aufgewachsen sind, wir schon ziemlich das Glück hatten, weil hier die Menschen nicht so reich sind. Müssen sie auch nicht so viel voreinander verstecken und so, dann sind sie auch ein bisschen freier, ehrlicher hier. Wenn sie was sagen, dann tun sie es in der Regel auch. Also wenn einer sagt, pass auf, ich hau dir jetzt ein paar auf die Fresse, dann ist es besser, du läufst, dann kriegst du wirklich ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017